Everybody wanna be friends now, but not everybody been with me Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me I seen it coming, it was all or nothing, I knew the future gonna get me something I put in the time, put in the work on my rhyme, knew all along I was shine, I'm on now Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video, heute zeige ich euch mal das Jesus Genau, das Jesus Outfit, so wie das hier Marc auch gerade gesagt hat Ja, wir haben da einfach gerade, bzw. der S6, der hat mir einen Clip geschickt Wo er, wo Marc halt Jesus sagt und ja, ich hoffe euch gefällt das Ich hab mich hier inspiriert an Jessel, aus dem Storymodus kennt vielleicht einer Und ja, ihr geht jetzt hier zu den Arbeitshemden und dann ist das die Kategorie 4 Ich hab auch hier meine Haare, wie man das da sieht, versucht nachzumachen Und ja, das Outfit heißt halt Jesus, würde mich freuen, wenn ihr das auch an Armin schicken würdet Damit er sich dieses Outfit eventuell auch nachmachen kann Ihr habt das Ganze jetzt soweit gemacht, wie ich das hier erklärt hab Dann geht ihr zu den Jeans, dann zieht ihr euch die blaue Wrench Jeans an Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, wenn nicht, dann tut es mir leid Und dann würde ich mal sagen, machen wir direkt mit dem Outfit weiter Wir gehen jetzt hier zu den Schuhen Und da sage ich direkt, äh, unter der Kategorie Flip Flops Zieht ihr euch dann die schwarzen Flip Flops an, hier, da zeige ich sie gerade Und ja, wir fahren jetzt erstmal in den Maskenland, da würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich Wie gesagt, speichert noch das Outfit ab Outfit Ihr seid dann jetzt auch hier im Friseurladen oder was auch immer das ist, keine Ahnung, dann geht ihr erstmal da rein, setzt euch da hin und dann zieht ihr euch hier die 18 bei den Frisuren, zieht ihr euch diese Surferfrisur an, ich finde das passt hier mehr zu diesem Bild, ich finde damit kann man sehr gut arbeiten, ich habe das selber jetzt drauf gemacht, ich habe es sogar immer noch an, wenn ihr das hier gerade sehen würdet, ich habe da sogar noch ein paar drauf gemacht, ich und der 6, wir haben da sehr lange dran gearbeitet, das perfekt hinzumachen, so wie die Jessa halt aussieht, Jessa haben wir halt die Ableitung G-Sauce, haben wir halt da so genutzt, Jessa G-Sauce hört sich ziemlich ähnlich an und ja, schickt das Ganze an den Armin, eventuell macht der Ehremann sich das Outfit dann auch noch, würde mich freuen, wenn ihr das Outfit auch machen würdet, dann würde ich sagen, war es das von diesem Video, lasst dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo, da werdet ihr mehr von sowas sehen wollt, teilt das Video jetzt noch mit euren Freunden und mit dem Armin wieder schauen und tschüss, Jessa G-Sauce Bis zum nächsten Mal.